Willkommen in der iPad-Klasse der Neuheimdienstschule der Stadt Berndorf. Sie sehen hier zwei Schüler, die gerade in der großen Pause Beyblade Burst spielen. Hier spielen ein paar Kinder UNO auf eine gewisse Art und Weise. Und nicht zu vergessen die Streber, die haben in der Pause nichts anderes vor als zu lernen. Wenn ihr mich fragt, ist das voll unsinnig. Hier können sie nur schnell einen Blick auf die Deutschstunde genießen. Hier sehen sie noch wie die Kinder Informatik machen, zeichnen und so weiter.